Schauspieler Nicolas Cage bestätigt offiziell, dass seine junge Frau Rico Chabita schwanger ist und die beiden ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Für Cage ist es bereits das dritte Kind. Ob er wohl je damit gerechnet hat, 31 Jahre nach der Geburt seines ersten Kindes noch einmal Vater zu werden? Hollywood-Star Nicolas Cage, 58, soll glücklich und stolz wie Bolle sein, dass er noch einmal Nachwuchs erwartet. Seine 30 Jahre jüngere Frau Rico Chabita, 27, ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Nicolas Cage, begeistert, noch einmal Vater zu werden. Mit Ehefrau Nummer 5 hat der Schauspieler nun wohl seine Seelenverwandte gefunden und er könnte kaum glücklicher sein, dass er mit 58 Jahren jetzt noch einmal Vater wird. Wie ein Pressesprecher des Schauspielers gegenüber People Magazine bestätigt, erwartet. Nicolas Cage sein drittes Kind Cage ist bereits Vater von zwei Söhne, Carl L. Coppola Cage, 16, stammt er aus der Ehe mit Alice Kim, 38, und Weston Coppola Cage, 31, aus der Verbindung mit Ex-Christina Fulton, 54, die werdenden Eltern sind begeistert. So der Pressesprecher der beiden.großes Glück trotz 30 Jahren Altersunterschied. Chabita ist 30 Jahre jünger als Cage und zwei Jahre jünger als sein erster Sohn Weston. Doch der Altersunterschied spielt für die beiden keine Rolle. Der Hollywood-Star und Rico Chabita hatten sich am 16. Februar letzten Jahres während einer sehr kleinen und intimen Hochzeit im Wynn Hotel in Las Vegas das Jahrwort gegeben. Cage wollte ganz bewusst an diesem Datum heiraten, um damit den Geburtstag seines verstorbenen Vaters August Coppola, 75, zu ehren. Das Paar hatte sich in Shiga, Japan, durch gemeinsame Freunde kennengelernt, während Cage im Land war, um dort seinen Film Prisoners of the Ghostland zu drehen. Auch Chabita arbeitete als Schauspielerin in den Film, in dem sie ein Manneker spielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017